Er ist über den Grinder genommen. Du weißt, dass der hier nur Schaden macht. Oh, ist der dumm, Alter. Ja, aber ich hab mich ernst genommen, weil ich die ganze Zeit Reconimeration hatte. Ja, toll. Ne, jetzt nimm mal hier deine Spritzen wieder ein, Lenny. Ja, ich weiß... Ah, füllt die Spritzen mal wieder auf, wenn ihr euch nur gefixt habt, ne? Ja, dann hab ich ja, aber ich such grad Strom. Spritz voll, ne? Dann nimm doch einfach einen Lava-Eimer da oben rein. Dann müsste noch der Geothermal-Generator sein. Also das hab ich da so ein bisschen auch wieder gemacht. Der Zentrifuge steht doch hier hinten nicht mehr. Anstatt die hier stehen zu, wo Strom dran ist, ne? Ey, da ist doch kein Strom mehr. Bei mir hat die immer funktioniert, du Affe. Ja, da ist aber nicht mal viel Strom drin gewesen. Boah. Kann man die ernsthaft alle bei mir im Haus, Junge? Nein. Der ist eh der ganze. Jetzt hat... Ach ja, ich wurde ja getötet, ich kann nicht mal fliegen. Ne. Er versucht das mal zu fliegen. Ja, hat denn jemand auch ne freie Spritze für Dede? Ja. Das ist gut. Wie ihr alle keine Arme bei mir habt. Gib mal Spritzen, Centus. Ich hab keine. Warte, warte, warte. Versucht Dede in Wheelock so von der Klippe zu springen, ich dachte, ich kann... Warte, Dede, ich kümmere mich da drum. Wo ist die Zentrifuge hin? Ja, die hat die Lenny mitgenommen. Wer? Lenny. Lenny, warum? Wo ist sie denn getan? Was ist das für ne Scheiß Cinge? Die wird immer fertig zentrifugiert und dann... Weil der Server am Leggen ist und weil die... Nein, nicht den Server. Das ist Modpack. Glaub ich. Das ist nämlich öfters so. Tschüss. Ist meiner. Daddy is a pain boy! Spass. Ja, seid so pain boy. Mach dir auch irgendwann mal was? Ja. Mach den Import von der LNG Zähne auf 100. Ist klar. Ich hab jetzt bei... Ich hab zwei Spritzen. Ey, hast du die eine Spritze rausgenommen? Gib her! Ja, dann fühlt sich doch eh nicht auf. Warum fühlt sich das hier auf? Bist einfach nur zu dumm dazu. Bist einfach nur zu dumm dazu. Ja, dann fühlt sich das hier auf. Das ist lost. Ah jetzt! Wo ist Eisen? Schmerzt sie mich klar. Oh. Ja! Weil einfach... Warte doch erstmal, bis das Ding voll ist. Oh das ist ja behindert. Wo´s Eisen? das heißen auch nicht mehr viel strom, ne, centros? nö, weil hier ein... das ist eigentlich mein zeug im grüblichtes von der haarenzelt da hinten eben auf 100 hatte ja, die hat die auf 50 gestellt ja, Lenny hat die wieder hochgestellt alle, gleich mal ja, komm 7x7, du spasti gut haben wir eh viel mehr Energie lad die auf und fertig Dede? hier, ich tu dir mal in die Kiste hier vorne die Spritze rein, nimm eben und dann gib mir die Spritze wieder ja wie macht man nochmal Grafit? äh Kohle brennen nee, ich hab Grafit gehabt Grafit haben wir hier oben Kohle brennen ne, musst du da nicht ja, Kohle brennen hier oben in der Mittelkiste von den beiden Türen ist noch was ja, ich hab auch ein bisschen was gefunden oh, ich hab Grafitblocks gemacht ups so, Lenny müsste noch da hinten sein ja ne, ich weiß nicht zufällig noch, wo das Villagerdorf war ne, das leckt aber übelst auch ein Emerald ach, der eine ist gestorben, ne? hast du keinen kopiert? wie denn kopieren oh, ne ist er Emerald kopier den erstmal mit Mimischheit wir hatten noch irgendwo einen ach, schuss hast du den noch? mh mh er hast du, wo ist der denn? ja, ich hab so raus glaube ich nen Ort gemacht, ich bin grad nicht sicher aber ich hab gesagt, kopier den noch denn das, was machst du? dann gucken, was du hier für Scheiße machst ja was hast du denn schon erreicht? mehr als du Centos kontrolliert alles heute ich hab mehr geschafft, dass der Affe ja, der Bauer Affe, 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 Affe Affe, 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 Affe na, Ladies ok, ok jetzt leg ich mich mal aus jetzt sind schon wieder ein Spritze reingelegt ich weiß nicht nehm ich Kohle ich hab dir den Output erstmal ausgemacht grad, ne? weil die Zell soll sich jetzt aufladen wer hat mein ganzes Wasser? ja dann warte mal, wisst ihr was ich mache? ich nehm das Ding mit und ich mach die Spritzen jetzt bei mir fertig Zentrifuge zu mir ich mach die jetzt bei mir fertig oh, Arme Finger Zentrifuge zu dir nehm du Fackeln, ich hätte direkt mit Forge Microblox die kleinen Knies ich mach die bei mir fertig, da hab ich sowieso zwei Millionen EU oder RF, was weiß es ja das ist, weil wegen weil unbedingt hier ähm wir haben das Amelsystem dran angeschliefen mein Muster Black, äh, Centus wir arbeiten dran ja, halt's Maul ja, halt's Maul bitte zack Richard so äh, bitte, was machst du? fertig ich mach den tiefer, weil wie du siehst ist hier oben drüber direkt die Decke Sache schonmal geklärt der ist so egal, der soll der soll, der kann dir ja auch überhaupt Dings versor der Bauernanwalt, ich kauste und rum einmal ne Spritze, fertig, Mann, danke boah, der ganze Raum riecht jetzt so noch nach Pizza nein doch nein doch äh, Pizza ich brauch Pizza bei mir jetzt wollte ich so, jetzt muss ich die 50. Mal diese scheiße Zentrifuge machen hä, warum? hm was ist denn? weil er mich schon wieder getötet hat oh, ich mach doch grad unten hört doch mal auf ich bin auch schon hier am arbeiten, ihr Geierköppe wer hat den getötet? Lenny ist schuld weißt du so? Lenny, warte, ich bring dir gleich ne Spritze vorbei weißt du so? Pferd gefunden ja, genau so was tut denn jetzt? ich lass meine Törtl gucken ha, deine Törtl ist angehalten durch das Pferd jetzt da vorbei und dann Lenny? oh oh Lenny, wo bist du? wie weit willst du das auf der Seite machen, ja? was heißt bei mir oben? das wird genauso groß bei dir oben, ja okay komm mal mit oh hier was die Törtl macht oh, du hast die Törtl gefunden so okay, stimmt ich kann ja gar nicht komm mal hier in der Mittelpiste hier tue ich dir jetzt ne Spritze rein, da sind meine Kähne drin du behindert ja und die Schritte gleich reintun und nicht auf den Boden schmeißen, bitte ist immer einfacher nee, jetzt bin ich behindert ja, jetzt hast du noch mehr Behinderte gehen von mir ja, gib ihm auch Gene, bitte ja hä, wo bist du auf tot, oder was? er hat alles auf mir von mir ne nein, ich hatte noch nie welche oh, ganz ernsthaft doch, hattest du hattest du schau mal und derzeit schon mal gestorben ja, alle sind von mir in euren Venen vor allem in Venen ne ja, ich gib euch gleich nochmal Venen hatte Gene von mir im Moment nee, Adam tut mir leid aktiv nein, Adam dauert nur ein Moment hauptsache mit FF ist dafür erstmal die Turtle lass ihn doch geht euch mit FF, wo bist du denn? mit FF bist du denn? mit FF bist du mit FF mit FF WTF wo bist du? ich steh immer noch vor deiner Haustür ein bisschen, ja ach da komm mal rein das stimmt hier in die eine Kiste tue ich dir ne Spritze rein oh 25x64 und da tust du die Leere gleich wieder rein hui wabbel wabbel stop da geht nichts mehr rein, die ist voll, da geht noch was rein iiii wubel 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 ja ich meine ja wir werden das gleich auch ändern, dass wir hier mehr Strom haben kommt ja noch nicht hier in den Strom ran das wird Behemoth alter nur wegen deinem Solar guck mal die ist falsch rum nur wegen deinem Solar nur wegen deinem Solar flasht unser Reaktor mit mehr Produzieren nein doch wie viel produziert der? 20.000 pro Tec wie viel? 20.000 ok ist immer noch wenig und hier tun wir dann das ist nur für'n Solar-Pelle das ist nur für'n Solar-Pelle das ist nur für'n Solar-Pelle die Dinger sind mit ne halben Millionen schon gefüllt da oben ne? ja schön ja schön da kommen ja noch mehr von in ach vor dir ist ne halbe Millionen schon für in 2 Sekunden dann hmhm ich muss nix nachfüllen ihr müsst irgendwelche Plutonium-Uranium-Stäbe reinballern die ihr nicht braucht ja aber nur alle paar Stunden mal irgendwann mal so es dauert ziemlich lange bis der leer ist naja mal so mal so dann gehen noch hinter angeschlossen ach so ja ey Lenny oh oh ach ich muss ja auch was essen naja mach mal was naja mach mal wo oh hier ist Loch unprofessionell hier ist Frutcusch- nee nee Frutcuschers ist da drin ne? Frutcuschers Loch ist Toni eigentlich da? ist sie hier unten eigentlich? Toni ist tot der ist die ganze Zeit gemutet dann brauche ich auch gar nicht mitmachen du kannst doch die hohe Anzeigen 3,4,5 kann auch gehen dann ist dann jetzt 7x7x7 ne? naja ja jaja wilde lässtja jetzt so abbauen dann mach ich die weg oh ich hab Eisen gefunden so wiesdig wenn ich Emmellls finden Törtl sah doch mal bitte langsam doch oder nicht ja ich sie auch noch soll die nacht langsamer sein schlecht wir können auch einfach berg oben drüber bauen welt das habe ich doch eben vorgeschlagen du meinst wir können da cobblestone drum machen das kann doch nur von lenny kommen andere vorschläge wären auch erwünscht gewesen akzeptiert alle bestellen sich was